Spiel 1 nach dem Präsidenten-Beben bei Lok Leipzig. Anfang der Woche wurde das gesamte Präsidium um Thorsten Kracht abgerufen. Die Frage war, würden die Männer von Almedin Shiva den Kopf frei haben und diese Nebengeräusche ausblenden können. Lok nur mit einem Sieg in den letzten sechs Spielen, ganz anders die Stimmung in Greifswald. Lars Fuchs nach dem 1-0-Sieg in Babelsberg wieder in der Spur und seine Mannschaft begann überlegen, begann dominant. Greifswald in Rot. Die 22. Minute der starke Kostkuhn auf dem linken Flügel. Vogt. Einer von 2,9 in der Startformation. David Vogt, sein Schuss geblockt. Die 28. Minute Freistoß. Kostkuhn und im Zentrum Egelseder 1 zu 0. Greifswald. Mike Egelseder, der Innenverteidiger. Welch eine Geschichte. Vor der Saison war er von Lok Leipzig nach Greifswald gewechselt. Am ersten Spieltag hatte er sein einziges Tor in dieser Saison erzielt und jetzt trifft er gegen den Exter ein. Toller Freistoß auch von Kostkuhn. Gutes Kopfballspiel von Egelseder. Die Führung für Greifswald hoch verdient. Und die Norddeutschen wollten nachlegen. Nur zwei Minuten später. Benjamina auf dem Flügel. Benjamina im Strafraum. Und Zimmer klärt in allerhöchster Not vor Eichinger. Das hätte schon das 2 zu 0 sein können. Leipzigs erste torgefährliche Aktion in der 37. Minute. Lukas Sirch mit diesem Freistoß. Sirch, der gefährlichste Torschütze der Sachsen. Achtmal hat er bisher getroffen. Hier scheitert er an Jakubow. Der Torwart leitet dann auch die letzte Aktion der ersten Halbzeit ein. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Kostkuhn gibt den Ball raus auf den überragenden Kostkuhn. Der hat den Kopf oben und findet David Vogt. 2 zu 0 Greifswald. Ein überragender Spielzug der Norddeutschen. Das Ganze von Koca eingeleitet. Kostkuhn, der auf dem linken Flügel einfach nicht zu halten war. Der präzise Pass ins Zentrum. Benjamina war auch noch einschussbereit zur Stelle. Aber David Vogt bekommt den Fuß zuerst an den Ball. Hier und macht Saisontor Nummer 3. 2 zu 0 die Pausenführung für den Tabellenführer. Eimelin Schi war natürlich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Es sollte sich im zweiten Durchgang einiges ändern. Das tat es auch. Aber es wurde aus Sicht von Lok noch schlimmer. Die 49. Minute. Fahr auf Benjamina. Der Außenpfosten rettet für Lok Leipzig gegen den Greifswalder Top-Torjäger. Diese Szene symptomatisch für das Spiel der Sachsen. Lohmannsröben vertändelt den Ball. Die Riesenmöglichkeit für Eichinger hier auf 3 zu 0 zu erhöhen. Das war die 55. Minute. Lohmannsröben sieht Echelle, der eingewechselt worden war, offensichtlich nicht kommen. Verliert den Ball aber. Eichinger gerät leicht in Rücklage. Da halfen auch alle Anfeuerungsrufe vom Trainer nicht. Das Abwehrverhalten von Lok Leipzig indiskutabel. Lohmannsröben hier mit dem Pass direkt zu Brandt. Der mit der Flanke. Und Echelle sagt Dankeschön. 3 zu 0. Greifswald, Manasseh, Echelle. Seit Oktober hatte er nicht mehr getroffen. Hier profitiert Greifswald von diesem Ball von Lohmannsröben. Brandt hat kurz den Kopf oben. Präzise Flanke. Echelle wird nur begleitet, aber nicht gestört. Und hat gar keine Mühe, das Tor zu machen. Der Keeper, der Leipziger Niklas Müller kommt da nur halbherzig aus dem Tor heraus. Er zögert hier. Und Echelle hat freie Bahn. Es spielte nur der Tabellenführer. Greifswald machte, was es wollte. Der starke Koskun vorbei an Lohmannsröben. Pass ins Zentrum. Niklas Müller in allerhöchster Not. Erst Benjaminer, dann Manske. Und der Keeper, der Leipziger, hält diesen Ball. Die 77. Minute. Greifswald diesmal über den rechten Flügel. Vogt, Vogt und Manasseh Echelle. Ausgerechnet der von Chemie Leipzig gekommene Stürmer mit dem Doppelpack. Aber das Abwehrverhalten von Lok viel kritisiert. Das wird hier nochmal deutlich. Vogt marschiert da durch den Strafraum. Wie im Training. Und Manasseh Echelle im Fünf-Meter-Raum. Mutterseelen allein. Da ist kein einziger Blauer, der den Stürmer der Greifswalder irgendwie markiert. Und aus einem Meter schiebt er einfach so ein Manasseh Echelle. Und der Doppelpack. Lok Leipzig mit einer indiskutablen Vorstellung. Der große Traditionsverein in einer schweren Krise. Mit so viel Angst zu spielen, dann verlierst du 4-0. Und erst nach dem 1-0 anfangen, sich mit Ball anzubieten und zu machen und tun. Das heißt nicht, die wollen sich nicht bewegen. Sondern man hat einfach gesehen, dass die im Kopf so blockiert sind. Aber mit so viel Angst. Ich habe sie bis jetzt noch nie gesehen. Und das ist für mich schon erklärlich. In den letzten Tagen gab es nur noch Berichte über das eine Thema. Ich glaube, es wurde nicht einmal berichtet, dass wir heute beim Tabellenersten spielen. Deswegen, das kriegt man als Spieler auch zu 100 Prozent mit. Klar muss man es versuchen auszublenden. Wir sind die Sportler, die auf dem Platz stehen, die die Punkte holen müssen. Wir wollten das Sportliche ein bisschen mal wieder unter Kontrolle kriegen. Wir haben uns wieder vergeigt. So ehrlich muss man sein. Die Greifswalder Fans skandierten Spitzenreiter. Und Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Denn am Freitag geht es zum BFC Dynamo. Klar, mit einem guten Gefühl kann man immer nach Berlin fahren. Wir wissen, es wird nächste Woche schwer in Berlin. Und wir werden uns gut vorbereiten. Und dann gucken wir, was am Freitag passiert. Für uns war wichtig, heute drei Punkte einzufahren, um nächste Woche ein absolutes Topspiel zu haben. Und das ist uns gelungen. Und jetzt können wir nächste Woche nach Berlin fahren. Und dann schauen wir mal, was wir da machen. Der Erste beim zweiten. Greifswald fährt zum BFC Dynamo. Freitag ab 19 Uhr live bei Ostsport TV.